ok ich musste mich muss eine pause machen ich habe mich so sehr aufgeregt wir haben unnötig ein flugzeug verloren es war total unnötig ich hätte die beiden niemals hier nach vorne bringen dürfen das war das war hier eine einzelne bridge einheit und hier oben eine katusha und deswegen haben flieger verloren es war so unglaublich dämlich es geht leider auf keine kuhhaut mehr auf mir moment mal kurz was auf der 12 10 vielleicht macht es mehr sinn der inge so einzukaufen guckt euch mal der hat wesentlich die besseren stats 14 13 lasst uns den kaufen damit das ganze wenigstens etwas gutes hat so ich bin ok wir kommen aufs c-feld gut müssen aber hier glaube ich noch eine runde ausharren okay kümmern wir uns erst mal um die flugzeuge das wichtigste zuerst das wichtigste zuerst du könntest theoretisch den weg machen so einer der bösewichte wäre damit schon mal weg dann habe ich hier noch relativ viele ich nehme den 15 mal für den zwölfer das ist nur ein shot wir brauchen einen von euch hier oben so weit so gut ok dann müssen wir den noch weg machen und dann wieder die bombe einklemmen im endeffekt darauf läuft es hinaus da unten haben wir noch einen fünfer machen wir das so dann du da da ihr sonst nicht wirklich was besseres tun könnt pack ich dich mal dahin da hast du schutz dann du da warte mal ach da ist noch ein achter mhm ärgerlich die kriegen den nicht so einfach weg ich habe nicht aufgepasst dammit wieder nicht aufgepasst ok du da und dann müssen wir einen noch irgendwie hier hinstellen und dann kommen beide nicht mehr raus ich weiß noch nicht genau wen mit welchem wir das machen und dann haben wir hier noch das problemchen ich möchte nicht dass der nochmal bombt deswegen gehst du dahin damit kann der definitiv nichts mehr machen ok das wäre gut der kann leider nichts tun und ich glaube der gegner hatte first strike stört uns das wenn der davon kommt ich glaube nicht den müssen wir wahrscheinlich gar nicht unbedingt weg machen oder mit dem müssen wir uns nicht weiter beschäftigen die kommen hier nicht mehr rüber das große problem ist vor allen dingen hier unten wir machen das mal ok der lebt immer noch ich weiß nicht ob er noch auf was sind das 4 1 2 3 4 nein du kommst dann auch nicht mehr auf das feld rauf ok das ist etwas was wir vielleicht beachten sollten ok machen wir das so der wäre weg problem ist wenn ich hier hingehe dann werde ich weiter von diesen artillerien belästigt heißt ich denke wir ziehen uns zurück ich denke wir ziehen uns zurück ich denke du wirst hier angreifen müssen ok der ist fast platt gut der wird hier wahrscheinlich dann in der nächsten runde angreifen die haben die haben ähm eine vision dann es ist die frage der hier scheint uns nicht anzugreifen 24 wie greedy können wir sein es kommt hier nichts mehr rü die kommen nicht mehr rüber die kommen nicht mehr an uns ran die können höchstens auf den da schießen wir machen das der verzieht sich dahin und wie gesagt wir ziehen uns zurück reicht das ich glaube es reicht nicht der wäre weg ok mit sicherheit wird jetzt kein weiterer mit sicherheit werden jetzt keine weiteren flugzeuge mehr kommen dürfte eigentlich nicht passieren ansonsten sage ich ganz klar das ist Bullshit ok ich muss ein bisschen aufpassen wegen ihm hier das problem ist wenn ich den jetzt weg ziehe dann kann der angegriffen werden von dem her ich vermute mal wir müssen eine weitere runde da bleiben ich glaube da hilft alles nichts ich glaube da hilft alles nichts das heißt wir können wir können hier grad so gut versuchen zuzumachen äh du könntest noch was tun ok ok das reicht aber nicht das bringt nicht sonderlich viel das bringt alles nicht sonderlich viel wir können wir können den noch angreifen wir können den noch angreifen ok weg mit dir das problem ist jetzt kommt der raus oder auch nicht wenn wir ihn lass uns das machen der kommt nicht mehr raus ähm wir machen dich noch weg ach komm schon das darf nicht wahr sein ich will nicht dass er den wieder aufpumpt ok hier ist der Übergang ist gesichert der Übergang ist gesichert das heißt wir müssen wir können unsere Einheiten hier abziehen von vom Fluss gibt hier nicht mehr wirklich was was er tun kann so so eine wenige am Gustav noch so der greift nicht mehr zurück an da ist noch eine Katyusha da hab ich schon fast gedacht dass da noch einer rumgammelt hm du kannst zurück wir müssen eigentlich nicht mehr dann nah ran die kommen auch nicht mehr durch ficken die ihnen da noch hin um für ein bisschen Verwirrung zu stiften ok wir wollen wir haben hier zwar noch Zone of Control wir wollen nicht dass da unten einer rauskommt das ist wir lassen dich wahrscheinlich da wo du bist du kriegst Supplies ich denke das sollte in Ordnung sein ok wir kriegen hier unten definitiv noch ein bisschen Artilleriefeuer entgegen ähm ich denke der kommt hier nicht durch aber wir gucken mal ok minus 2 wir müssen ja wir müssen die 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 Okay, zum Glück haben wir die Artillerie da. Ist es schon die letzte Runde? Oder müssen wir nochmal? Ich vermute mal, wir müssen nochmal. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ja, wir müssen nochmal. Okay. Dann. Ja, ist natürlich alles jetzt ziemlich gefährlich, weil wir auch nicht mehr wirklich was an Supplies haben. Von dem her, wir ziehen uns zurück. Das hat nicht ganz gereicht. Ärgerlich. Okay, das hat gereicht. Ihr habt noch drei Schuss. Okay, one shot. Sehr nice. Du bleibst da. Ja, hier kommen wir nicht wirklich weiter gerade. Hier kommen wir nicht wirklich weiter. Das ist auch nur noch ein Schuss. Bring dich mal hier hoch. 21%. Das ist mir noch ein bisschen viel. So, unser neuer Bomber. Keine was. Haben wir irgendwas, was wir safe bomben können? Den hier. Okay, gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie lange der braucht, bis er XP bekommt. Aber wir müssen jetzt wohl ein bisschen geduldig sein. So, einer weniger. Die wären alle weg. Hier oben ist noch, war noch irgendwo eine Katusha. Okay, der greift zurück an. Jetzt nicht mehr. So weit, so gut. Einen guten Bomber haben wir, glaube ich, irgendwo noch. Du kannst definitiv jetzt zurück. Ja, das ist der hier. Ich weiß nicht, der kommt nicht mehr nach oben. Der kommt nicht mehr nach oben. Ähm. Was tun? Wir haben keine guten Züge hier. Der ist bereits fünf Sterne. Ha. Du beschützt wahrscheinlich besser mal unseren neuen Bomber. Nee, warte mal. Mach du das. Den müssen wir auch irgendwann mal so weit bringen, dass er einen Helden bekommt. Okay, wir sehen die Katusha aus. Das Problem ist, sie sind hier relativ weit hinten. Das ist immer noch 14.1. Ich will den Weg haben. So, Supplies. Du bist auch schon fünf Sterne. Ich meine, wir können schießen. Es müsste die letzte Runde sein. Es müsste die letzte Runde sein. Okay, weißt du was? Wir ziehen uns hier so ein bisschen zurück. Okay. Der hat nichts mehr. Und du beschützt die. Minus drei. Zurückziehen. Du da. Und dann sollten wir hoffentlich einigermaßen okay sein. Der ist jetzt nicht beschützt. Dummerweise. Okay. Beschützen wir euch noch. Und dann soll das gut sein. Gehen wir den Zug ab. Decisive Victory. Okay. Wir haben zwar einen Bomber verloren, aber naja. Wie gesagt, kann passieren. Was soll's. I thank you, Herr General, for the service you have provided for me today. Without your valiant efforts, I may have fallen into Soviet hands myself. I will reward your efforts as best as I can with what assets we have left. And now, you must continue to Berlin. The heart of the Germany nation needs you, Herr General. Good luck. Weiß ich genau, was uns das gebracht hat. Aber gut, wir sind in Berlin. Und das gucken wir dann uns in der nächsten Episode an. Bis dann. Macht's gut. Und was geht. Bis dann. Bis dann. Bis dann.